Hallo zusammen, ich bin Bora und bin Ausbildung als Ständgesundheit Soziales hier im Alterszentrum Bachgraben in Zalschwein. Ihr wollt sicher wissen, warum ich mich für den Beruf als Ständgesundheit Soziales entschieden habe. Und das zeige ich euch genau jetzt. Musik Grüezi. Hallo zusammen, Sie sind da? Hallo, geht's gut? Ja, nicht schlecht. Mein Name ist Nuria, ich mache Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Und ich zeige euch, wie mein Alltag so aussieht. Musik 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 Haben wir deine Interessen geweckt? Dann bewirb dich hier bei uns, beim Alterszentrum Bachgraben. Wer weiss, vielleicht sehen wir uns noch. Musik 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 Musik